ja hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Theorie Folge 19 soo wir waren auf dem Weg unsere Quest abzugeben gerade nach dem Tod soo dann wollen wir mal gucken was uns die Tal Quest bringt warum machen wir da abgeben ach soo wir müssen ja gut da runter tun wir das doch soo und da wir ja schneller unterwegs sind dann ein Aspekt des Graben ich finde dadurch dass ihr läuft es viel schneller aus als wenn ihr reitet aber das ist wahrscheinlich nur augenscheinlich so soo wir haben auch schon eine 36-18 von unserem Level soo 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 soe soo 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 Ich weiß gar nicht, ob er jetzt den Völge befestigt hat. Wo ist der Stab? Na gut, das ist noch wunderschön. Das Licht segne euch. Wie geht's? Mögen eure Reisen sicher sein. Ich glaube es funktioniert. Es ist bestimmt nur eine Verfolgequest. Also hier so ähm... Ach, da steht es auch nach. Ich habe noch nie einen beschlossenen Block. Ich glaube das hier schon mal. Ähm... Vielleicht. Das ist die Nachschub. Das war's. Okay. Ich habe gerade noch gesagt, aber wie funktioniert das, wenn man jemanden verfolgt? Okay. 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 Damit hat sich ja unsere Frage direkt beantwortet. Und er hat sie. Sehr gut. Und er ist auch noch mit. Und er hat sie. Sehr gut. Und er ist auch noch mit. Angewiesen. Und ich muss damit. Ich glaube es dann stundenlang zu probieren. Und dann frustriert zu sein. Ich kann ihn nur wieder ins Laufen anschmeißen. Ich glaube es ist so eine komische Kugel. Ich glaube es ist so eine komische Kugel. Ich glaube es ist so eine komische Kugel. Nun. Ist das für die Kugel der Böse? Ich kann es so eine komische Kugel. Kohle. Ich habe heute den Böse. Ich habe etwas gewohnt. Jo. Du kannst das wo. Wo sind die Kugel? Na gut, EP, ne? EP, EP, EP Wänden langlaufen, funktioniert nicht so doll Was ist denn so ein Steinpilz? Wie heißen die denn? Eisenzwerg Kein Steinpilz, ein Eisenzwerg 2 3 4 2 2 2 3 4 Ah, ich muss wahrscheinlich zurück an den Gehler. Ach ja, ich liebe es. Ah, so macht das Spaß. Fett im Kreis laufen. Ah, gut. Schlimmeres. Und nützewebe.com Und nützewebe.com Wir können gucken, wenn es da ein Händler gibt, wenn man das Salz kaufen kann. Ich glaube, da gibt es nicht. Nee, da ist gleich drin. Wir müssen jetzt hier hochlaufen. Jetzt haben wir es, glaube ich, wieder weit, weit weg. Auch wenn er recht nahe. Oder es sieht so aus, als wenn er recht schnell kommt. Aber irgendwie kriegt er das nie auch frei. Manchmal ja, manchmal ja. Bestimmt, Tagesraumabhängig oder so. Hm. Da war ein Hexenmeister und dann wird er gedrückt. Ich glaube, er schickt durch die Gegend. Und ist er weg. Jetzt kann ich ihn rufen, wenn er zu cool. Ich glaube, er ist mit diesen komischen Vorbeugen. Ich weiß nicht, ob das auch schon dieser Anfang ist, von dem Quest, wo man sich dann nachher mit dieser komischen Route in einen von dem verwandeln kann. Ja, dann behalte ich die. Das Boot. Und hier ist ganz cool. Und hier ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur noch diese Anfangsdolche nicht hatte. Oh Gott, das ist sicher. Aber wirklich, das Boot. Das habe ich ja noch nicht gefunden. Und auf der Himmel, ich habe da ja auch gesehen. Und nach und nach durchdämpfen. Und nach und nach durchdämpfen. Aber ich glaube, es ist immer gut. Obwohl ich nicht, ähm, obwohl ich es auch teilfinden würde, wenn ich mir auch ledern könnte. Weil das ist in dem Prinzip. Auch wenn es jetzt da steht, nicht steht, wenn wir es theoretisch ja so. Und hier rollen. Oh gut. Nein, höher. Ich guck mal, warum, weil da der Bär haben hilft. Steppt der Bär. Ich spiel. So. Das ist noch ein Bär. Nein, nein, nein. Es sind nicht so viele. So, da habe ich wieder eine Probleme mit dem Interface abgelesen. Findet ihr mal toll, wenn die Leute sich dann aufregen und andere Leute versuchen Tipps zu geben und die, die gefragt haben, sich in der Ruhe fregen. Oh gut, hm. Gibt ja alle dann Menschen. Ist ja sehr langweilig. Ich glaube, wir müssen Essen und Trinken. Manchmal kommen wir nicht wirklich weit. Okay. Okay. Nein, ich bin gespinned. Ich bin gespürt. Ja, da habe ich noch nicht mal gefunden. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich mit dem Charakter beziehe. Ich habe aber so viel Charakter, aber ich komme momentan noch irgendwie nicht so zu spiegeln. Jetzt sind wir ja am Spielen. Oh, die Taschen sind weg. Ich muss eigentlich 2 Punkte gehen. Oh, das gibt es leider nicht. Oh, ich glaube ich muss ein bisschen aussortieren, damit wir gleich auch ein bisschen Platz haben. Das muss nicht funktionieren. Nein, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht spielen. Ich spiel. Ich spinnen essen würde ich jetzt auch nicht. Auch als Kebab nicht. Obwohl ich Kebab sehr gerne esse. Aber ich habe gesagt, Spinnen Kebab muss jetzt nicht gut sein. Ich glaube da vorne ist er, der Grower, ja Ich weiß nicht, ob es damals auch, ähm, oder beziehungsweise habe ich, ich weiß nicht, ob es sich angenommen hat Ey, eine Quest hier gab, dass man die anderen auch killen muss Ich überfahre, ich versuche erstmal ein bisschen anzulocken Ja, anlocken hat das funktioniert, aber nicht so wie ich mir das gedacht habe Die haben alle weglaufen, die anderen laufen hier Wo die? Den muss ich mit dem, dann können wir in Ruhe looten Natürlich, natürlich, da ist so viel Müll dabei Das ist so viel Müll dabei Damals hatte ich auch eins geblieben gesehen, wo ich, äh, quasi, ähm, der oder die, ich weiß nicht mehr Äh, was ist wahr, ähm, der hatte dann, oder der hatte dann, äh, 20, 20, 21 gespielt oder so Das war auch schon ganz lustig Äh, mittlerweile kann man sowas ja gar nicht mehr sehen Ich finde, dass das jetzt teilweise auch lustiger gemacht Ich finde, dass das jetzt teilweise auch lustiger gemacht Und manchmal schon neu zu spielen Oh, ich habe gerade echt geblieben Jetzt wird schon mal sehen Oh nein, mein Freund ist tot und mal wieder tot das kurz verendet der folge ach ja ich liebe es sonst würde ich sagen wir leben uns wieder wir leben unseren freund wieder auch wenn das nicht die feinde ähnliche art ist jetzt ist er unzufrieden gut ich würde sagen das war es auch mal wieder wir sind in der nächsten folge ich lass das noch abklingen damit es uns nicht mehr stört auf wiedersehen